Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal von Igeleis. Heute möchte ich euch etwas Besonderes vorstellen, und zwar einen beutellosen, kabellosen Staubsauger. Es handelt sich um den Dyson Cyclone V10. Ein herzlicher Dank gilt an dieser Stelle an Dyson, die uns diesen Staubsauger für das Video freundlich zur Verfügung gestellt haben. Ob dieser Staubsauger hält, was er verspricht, das erfahrt ihr im Video. Im oberen Bereich finden wir einen Dyson Cyclone V10 Absolut Schriftzug. Etwas weiter darunter befindet sich ein erstes Produktbild, samt einem Hinweis auf die Technik, die in diesem handlichen Staubsauger schlummert. Des Weiteren finden wir noch ein paar weitere Bilder zu den verschiedenen Düsen und Aufgabenbereichen, die der Dyson Cyclone V10 bewältigen soll. Ganz unten finden wir eine kurze Produktbeschreibung in mehreren Sprachen. Auf den Seiten befinden sich weitere Produktbilder und eine Beschreibung zu den Features, die euch dieser Staubsauger zu bieten hat. Hinten finden wir ein weiteres Produktbild und eine Beschreibung zur Funktionsweise der verbauten Technologie. 14 Cyclone generieren Zentrifugalkräfte von mehr als 79.000 G. Das erzeugte Vakuum befördert mikroskopisch kleine Partikel wie Pollen oder Bakterien in den Staubbehälter. So, let's see what's up inside. Wie ihr sehen könnt, ist jedes einzelne Teil im Lieferumfang sauber geordnet und verpackt. Gleich oben auf finden wir praktischerweise die Bedienungseinleitung, die klar und verständlich aufgebaut ist. Des Weiteren befinden sich noch folgende weitere Dinge im Lieferumfang. Die Kombizubehördüse samt einer Fugendüse. Das Saugrohr in einer hübschen Bronzefarbe. Ein Netzteil, mit diesem könnt ihr den internen Akku aufladen. Eine extra Softbürste. Sowie eine Mini-Elektrobürste finden wir hier. Eine praktische Wandhalterau. In dieser könnt ihr den Dyson Cyclone V10 sogar laden. Das Handteil, welches der Staubsauger selbst ist, befindet sich somit ebenfalls im Lieferumfang. Sowie eine praktische Elektrobürste mit Softwalze. Diese ist sehr gut für Hartböden geeignet. Und zu guter Letzt finden wir eine Elektrobürste mit Direktantrieb in der Verpackung. Diese ist sehr gut für Teppiche und Polster geeignet. Dieser Staubsauger besitzt drei Saugstufen. Genug geredet. Schauen wir uns einmal an, was der V10 so im Alltag leistet. Mit der Elektrobürste mit Softwalze saugen wir wie vorgesehen einen Hartboden. Wie ihr sehen könnt, wird der Schmutz sauber von der Bürste eingefangen und zum Staubsauger befördert. Und dies sogar auf Stufe 1. Das ist die schwächste Stufe, die euch der Dyson Cyclone V10 bietet. Teppichsaugen stellt für diesen Staubsauger ebenfalls kein Problem dar. Hierfür nutzt man am besten die Elektrobürste mit Direktantrieb. Es ist wirklich erstaunlich, was dieser Staubsauger noch aus diesem sauber wirkenden Teppich so alles rausholt. Das Ergebnis seht ihr am Ende des Videos. Für Teppiche nutzen wir den Staubsauger auf der dritten Stufe. Die Mini-Elektrobürste ist praktisch, falls ihr zum Beispiel euer Auto aussagen wollt. Wie ihr gerade sehen könnt, schafft es dieser Staubsauger sogar kleine Hundehaare aufzusaugen, die sich schon etwas in das Polster gestochen haben. Wir nutzen gerade die dritte und somit stärkste Stufe des V10s. Für Spinnenweben und groben Schmutz im Außenbereich nutzen wir die Kombi-Zubehördüse. Diese hat praktischerweise vorne Borsten, die dem Schmutz ordentlich zu Leibe rücken. Den Luftfilter könnt ihr ganz komfortabel am hinteren Ende abdrehen, diesen unter fließendem Wasser reinigen, trocknen lassen und wieder einsetzen. Um diesen Staubsauger zu leeren, braucht ihr lediglich den roten Hebel an der Unterseite ganz nach vorne schieben. Der V10 öffnet dann im vorderen Bereich den Staubbehälter und entleert sich komplett. Praktischerweise solltet ihr dies über eure Mülleimer tun. Hier könnt ihr sehen, was der Dyson Cyclone V10 aus unserem Teppich rausgeholt hat. Dies ist besonders erstaunlich, wenn man bedenkt, dass der Teppich vorher mit einem handelsüblichen Staubsauger gesaugt wurde. Der Dyson Cyclone V10 Absolut war bei uns rund vier Wochen im Dauereinsatz. Die Saugleistung ist meiner Meinung nach über jeden Zweifel erhaben. Je nach Saugstufe kommt man mit einer Akkuladung rund 60 Minuten hin. Dies reicht auch meiner Meinung nach vollkommen, um die ganze Wohnung zu saugen. Es ist während des ganzen Zeitraumes nicht passiert, dass der Akku schlapp gemacht hat. Man hatte gefühlt bis zum Schluss eine konstant hohe Saugleistung. Der V10 hat eine überragend gute Handhabung. Gemessen an der Handhabung, der sehr starken Saugleistung, der sehr umfangreichen Ausstattung und der guten Akkulaufzeit, kann ich an diesem Produkt fast keinen negativen Punkt finden. Fast keinen? Ja, denn der Preis von rund 665 Euro hat es wirklich in sich. Wer bereit ist, den Preis zu bezahlen, der bekommt ein wirkliches Spitzengerät, was keine Wünsche offen lässt und sich besonders komfortabel nutzen lässt. An dieser Stelle möchten wir uns erneut bei Dyson für die freundliche Teststellung bedanken. Habt ihr Fragen zu diesem kabellosen Staubsauger? Zögert nicht, uns diese zu stellen. Weitere Informationen zum Dyson Cyclone V10 findet ihr in der Infobox des Videos. Bis zum nächsten Mal. Euer Gleis Team. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020